Du kannst länger vielleicht mit deinen Kindern oder Enkeln spielen. Du liegst nicht zu Hause auf dem Sofa und hast Rückenschmerzen, sondern kannst entspannt abends nach Hause kommen. Es gibt viele Gründe, warum man Personal Training machen würde. Also mein Hintergrund ist, dass ich früher Profibasketballer war und dadurch schon sehr früh Kontakt mit sehr viel Sport hatte. Und deswegen auch diese 1 zu 1 Betreuung, wie ich es jetzt im Personal Training mit meinen Kunden mache, früher schon bekommen habe und deswegen das sehr geschätzt hat und das jetzt weitergeben möchte. Was ich am schönsten an der Selbstständigkeit als Personal Trainer finde, ist, dass ich die ganzen Erfolge mitbekomme. Das heißt, wenn jemand abnimmt oder ein bestimmtes Ziel hat, was er erreichen will und wir das dann zusammen schaffen, dass ich da dabei bin und begleiten kann. Zu mir kann jeder kommen, von Hochleistungssportler bis Sportanfänger. Der Ablauf bleibt auch immer gleich. Wir schauen uns am Anfang immer deine aktuelle Situation an. Das heißt, wo hast du Beschwerden, wo hattest du vielleicht Verletzungen. Denn wir machen ganz viele Körpermessungen, wo wir Vitalwerte sehen, um dann daraus den Trainingsplan zu machen. Wenn das für dich interessant war, dann kontaktiere mich doch gern über mein Kontaktformular auf der Webseite oder ruf einfach an. Dann können wir ein ganz unverbindliches Erstgespräch führen und deine Ist-Situation analysieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017